Millionen Rentnerfreude, doppelte Energiepreispauschale für mehr als eine Million Rentner bestätigt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Mehr als eine Million Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können die Energiepreispauschale im Dezember 2022 de facto zweimal erhalten. Das bestätigt nunmehr die deutsche Rentenversicherung. Rentner, die als Beschäftigte vor dem 1. Dezember 2022 die 300 Euro Energiepreispauschale erhalten haben, können im Dezember die Energiepreispauschale für Rentner nochmals erhalten. Diese Rentner haben im Dezember trotzdem sie schon als Beschäftigte die 300 Euro über die Paragrafen 112 bis 122 Einkommensteuergesetz vom Arbeitgeber erhalten haben, zum Beispiel nochmals Anspruch auf die weiteren 300 Euro Energiepreispauschale als Rentner. Und zwar folgt dieser Anspruch aus dem sogenannten Rent-EPBG. Es handelt sich hierbei bei der doppelten Zahlung nicht um eine unberechtigte Zahlung. So bestätigt es die deutsche Rentenversicherung. Nach deren Schätzung werden mehr als eine Million Rentnerinnen und Rentner diese doppelte Zahlung im Dezember erhalten. Drei Gruppen von Rentner können sich aus unserer Sicht doppelt freuen. Das sind einmal die Rentnerinnen und Minijobber, die im September die 300 Euro erhalten haben oder die Rentner, die vor Rentenbezug im September noch berufstätig waren und entweder vor Dezember oder genau punktgenau am 1.12.2022 erstmalig Rentenbezug haben. Die können sich doppelt freuen und auch Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner, die nur noch eingeschränkt berufstätig sein können. Die werden auch die 300 Euro Energiepreispauschale erhalten. Ich sage Millionen Rentnerfreude. Wir freuen uns auch für alle Rentnerinnen und Rentner, die die Energiepreispauschale doppelt legal erhalten können. Wegen den hohen Energiekosten kann jeder eine Entlastung, sei es einmal, doppelt oder dreimal, gut gebrauchen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.